Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Determination. Keine Angst, das wird nicht mathe-lastig. Wir schauen uns hier einen Konzentrationstest an. Los geht's! Was ist eine Determination oder ein Determinationstest? Für die meisten ist es ein Fremdwort. Determination bedeutet abgrenzen oder bestimmen im Endeffekt und es geht darum, dass wir die Leistung eines Menschen bestimmen oder messen wollen, indem wir die Menschen an ihre Grenzen bringen, sozusagen. Und ja, es geht dabei natürlich sich zu konzentrieren auf die Aufgabe, auch wenn man jetzt unter Stress steht, unter Zeitdruck. In dem Fall muss man weiterhin konzentriert die Aufgabe lösen können. Und warum macht man das Ganze? Natürlich gibt es viele Berufe beispielsweise, wo man viel unter Stress, unter Zeitdruck steht und trotzdem richtig handeln, richtig reagieren muss. Jetzt mal beispielsweise, wenn wir jetzt an die Lokführer denken, an Lkw-Fahrer, Piloten, also alles, was mit Beförderung zu tun hat. Ja, aber natürlich auch bei Polizisten, Militär, in dem Sicherheitsgewerbe ist es sehr wichtig, immer konzentriert zu bleiben und richtig zu reagieren. Und ja, deshalb macht man solche Übungen. Deswegen wird man mit solchen Dingen auch im Auswahlverfahren konfrontiert. Und das Ganze kann man auch ganz gut trainieren und sich darauf vorbereiten. Und jetzt schauen wir uns mal so eine Übung zum Determinationstest an, auch Wiener Test genannt. Das ist ein Teil des Wiener Tests. Ja, das geht hier. Es ist ein Farbreaktionstest. Es geht um eine schnelle Reaktion. Wir bekommen jetzt gleich auf dem Bildschirm mehrere Figuren eingeblendet in verschiedenen Farben, in Rot, Weiß, Blau und Gelb. Und wir müssen die Tasten drücken, also die Taste 1 drücken bei der Farbe Rot und Weiß. Das heißt immer, wenn eine rote oder weiße Figur eingeblendet wird, drücken wir die Taste 1. Unabhängig davon, was es für eine Figur ist, ob das jetzt ein Kreis, ein Dreieck, ein Viereck ist, müssen wir die Taste 1 drücken. Und die Taste 0 drücken wir, wenn wir eine blaue oder eine gelbe Figur sehen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich mich hier schlage. Ihr könnt gerne auch mal mitmachen. Ich würde jetzt hier einmal die Zeit einstellen auf 30 Sekunden, dass das nicht zu lang wird hier. Und dann bekommen wir direkt die Auswertung und können sehen, wie ich mich so geschlagen habe. So, also Rot, Weiß für Taste 1 und Blau und Gelb für Taste 0. Los geht's! Okay, Rot, Weiß. Ja, okay, okay, Rot. Okay, 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 das war die falsche. Rot, Weiß, Rot, Weiß ist 1, 1, 1, 1. Das ist 0, 1, 0, 0. Das ist 0, 0, 1, 0, 0. Okay, ich bin echt schlecht. Okay, ich habe jetzt insgesamt in den 31 Sekunden oder 30 Sekunden habe ich 41 Fragen beantworten müssen oder bzw. 41 Figuren eingeblendet bekommen. Ich habe davon 21 richtig gehabt und 6 falsch und 14 nicht beantwortet. Also ich war relativ schlecht gewesen. Ich war auch wirklich schlecht vorbereitet. Ich hoffe, ihr schlagt euch besser. Also macht es wirklich mal besser. Link teile ich euch hier. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und ja, mal sehen, wie ihr euch schlagt. Viel Spaß!